Ein weißer Supervogel bereit zum Start. Er fliegt mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Rassig, elegant, umstritten. Eine monumentale Errungenschaft der Technik. Der Beginn eines neuen Zeitalters der Luftfahrt. Ich habe die Dokumente, Kevin. Eine Jennings Land Produktion. Airport 80, die Concorde. Was zum Teufel. Zu ihrem ersten Flug startet die Concorde in Richtung Paris und Moskau. Wie schwierig wird es sein, die Drohne umzuprogrammieren. Im Cockpit eine hochspezialisierte Crew, Piloten der Weltklasse. Fender 4 Uhr. Da kommt er. Tod und Vernichtung lauern in den Wolken. Noch nie wurden in einem Film Bilder wie diese gezeigt. Da kommt eine Phantom. Die fliegt mit vollem Sprit auf uns zu. Der Feuer ist leicht. Pakete bei 5 Uhr. F-15 bei 10 Uhr. Kann eine Passagiermaschine bei doppelter Schallgeschwindigkeit einem Angriff ausweichen? Wir haben Ex-Beglieden Druckverlust. Pauls, ich dachte, du wärst Atheist. Das habe ich schon zu verlieren. Der Waschraum ist kaputt. Ihr Flotsystem! Ich hatte den besten Platz vom ganzen Laden. Und komm doch endlich, Mann! Diesen dramatischen, nervenzerfetzenden Flug zeigt der aufregendste Film des Jahres. George Kennedy als Patroni. Schlusssack, Warnung! Festhalten! Festhalten! Der Ford 80, die Concorde. Das Feier Aufregend! Vielen Dank.